You can't say I can't buy no more I've got so much left to say I'll take my words and walk Sehr gut meine Freunde und herzlich salut zu meiner Runde Minecraft QSG Heute mit dabei, der MaliFX Hallo Das übrigens auch mein Intro Designer ist Ja warte, warte ich boost dich Nee, war kurz, war kurz, ich will hier kurz die restliche Rüstung sammeln Nein, sonst sind wir direkt als Team zusammen Warte, pass auf, hier ist einer Wo bist du, wo bist du? Ja, der hat mir... Ich seh dich, ich seh's, ich seh's Der hat mir Dings gegeben, eine Rüste Ähm... Pass auf, hinter dir ist einer mit dem... mit dem Bogen Hab ihn Gut Okay, als nächstes versuchen wir natürlichen Matches Ähm, aber hier gibt's kein Team, äh, Team Deathmatch, oder? Doch, doch, gibt's immer Also bei QSG gibt es, glaube ich, immer Deathmatch, soweit ich das weiß Warte, warte, warte mal kannst du nicht stehen Okay, mach ich Ähm... Was sind die ganzen anderen Leute? Loll, es lieben nur noch vier Leute, das heißt, wenn die jetzt kein Team machen, dann sind wir im absoluten Vorteil Warte mal ganz kurz, ich muss mein Inventar... Hast du... Äh... Dings? Ah ne, hast du nicht, oder? Was? Äh, wie heißt denn das nochmal? Äh, Eisen... Eisenschwert? Ne, ich hab nur ein Steinschwert selber und auch nur eins Oh, es leben nur noch drei Leute, wir sind jetzt zwei versus eins Alter, nein, Mann Jetzt müssen wir gewinnen Da oben ist er, da oben ist er Mal gucken wie der Equip... Demonstritt Bis zum nächsten Mal. 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 Okay, ja, also hoffentlich hat euch das Video hier gefallen. Ich werde das Video auch auf meinem Kanal hochladen. Was? Nein, ich fass. Ja, ich werde es einfach mal machen, weil ich wollte auch so Gaming machen halt. Und ja, wenn ihr auch Bock habt, dass ich auch sowas mache, dann schreibt es mir doch in den Kommentaren. Und ja, den Rest überlasse ich jetzt dir. Ich habe gesagt, ich will die ja bohren. Warte, ey, warte, 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 bevor du gehst. Hallo, hörst du mich? Ja. Bevor du gehst, ähm, deine, deine Begrüßung war mal am Anfang. So Mäusen oder wie machst du das immer? Seegurkel. Ich mache Seegurkel. Ja, ja genau, was heißt das eigentlich? Das ist ein Tier. Weißt du nicht, was ein Seegurkel ist? Nein. Okay, mit dir rede ich nicht mehr. Okay, ciao. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.